so leute hallöde willkommen zu einem weiteren let's play von amnesia the custom story ich habe uns eine neue custom story geholt sie nennt sich darkroom sie soll anscheinend extrem witzig oder auch ein witzig witzig ein bisschen gruselig sein es steht weiterspielen da weiß am anfang erst versucht habe es hatte nur bugs es hat nicht funktioniert aber ich habe jetzt mal was versucht ich hoffe es funktioniert und ich starte jetzt mal und ich hoffe dass es funktioniert ich bin nämlich echt gespannt was er nämlich alles so gibt durch die bachs hat er eigentlich fast gar nichts mitbekommen und ja mal gucken sehr schön ich kann ja nicht durch super laterne habe ich auch keine schön alles hier alles sehr schön okay gut um nicht verschlossen sehr gut gucken was hier drinnen liegt nirght nirght ein kissfleck ein nackter man ähm mal wieder nirght hier hinten liegen schöne boxen rum nirght bitch aber ist ne echt kelle stelle in den schlüssel zu verbirgen muss ich echt sagen nirght wo nirght 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 Da hinten habe ich auch noch eine Tür gesehen Die müsste... Ja, perfekt Lol Nein Was? 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 Hahaha Aaaaah 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 Du bist zu top auf die Tür zu kommen Aaaaah Ufff Oh fuck Hahaha Aaaaah Na, du kleiner Stricher. Was geht ab? Ah! Fucking. Der hat mich erwischt. Zünderbüchsen. Nice. Ah, hier. Mal gucken. What the fuck? Ha ha ha. Na 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 na. Ja, in der... Ha ha ha. Stuhle deine Fresse, du Opfer. What the fuck? Oh. Nice. Reinkert. Was kommt jetzt? das nirgenden 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 au mein Gott kaum es macht doch alles keinen Sinn ich bin halb am verrecken, meine Gedärme sind am schmelzen und oh Gott sei Dank ihr seid so lieb oh ein toter Mensch ah das gruseligste Ding was es in Amnesia gibt ähm wieso kann ich nicht laufen Alter es geht ab wieso kommt weiße Highmusik wieso kommt weiße Highmusik hä wieso kommt weiße Highmusik wieso kann ich mich nicht bewegen hä aber jetzt kommt bestimmt irgendwas irgendwann das in meine Fresse fliegt ha 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 waaah ha 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 was du mal ha 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 hab ich nicht so creepy alter Hi, Kids. Was? Ja! Kann ich mich gleich killen lassen von dem? Das hat echt keinen Sinn gemacht, Alter. Ich dachte, P... Ich dachte, P... Fickt Kinder und tötet sie nicht. Mann, diese Logik mal wieder, ey. Ganz ehrlich, ja, deine Mutter, Alter. Oh, ne Leiter. Ain't schon. Ey da, home ist... ... ... ... die 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 ja laden ich hoffe das war das ist nicht mein Organ ist wieder am schmelzen Pfff knapp for ever erlaubt Pfff die 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 an der Map, der hat's, der hat, der Typ, der hat's einfach drauf. Sub. Leg. Fuck. Oh mein Gott, so viele Stühle. Oh mein Gott, ich kann ja nicht mal drüber springen, so fett bin ich. Nur mit Stuhlhilfe. Ach maaaannn. Fuck life. Ich hätte bestimmt, hier liegt irgendwo, ich rieche einen Schlüssel, ich rieche einen Schlüssel. Das ist schon mal sicher, hier muss irgendwo ein verdammter Schlüssel sein. Ich hab das in den Genen. What the fuck? Ich hab das Lied gerade so durch den Kopf, weil ich hab Öl den Ohrwurm. Mal gucken, was hier drin ist. Ich glaub nichts Gutes. Das ist schon mal. Ich bin schon mal einig. Ich bin schon mal einig. Ich bin schon mal einig. Oh ja,vi Fantasy und klinik im klinik im 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 Alter, so viele Stühle. Ich zecke hier gar nicht mehr durch. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich will mehr Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich will nicht mehr. Ich verstehe nur Erdnussbutter. Ich verstehe nur Erdnussbutter.